Balenciaga-Logo-Print auf der Rückseite, Handwäsche, keine... Das ist ja nicht dein Ernst, jetzt kaufe ich mir einen Hoodie um 650 Euro und soll ihn dann mit der Hand waschen? Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nicht ich alleine begrüße euch heute wieder zu einem Video, sondern ganz herzlich willkommen zum allerersten Mal auf diesem Kanal. Mein Zwillingsbruder, Maximilian. Wunderschön, wunderbar, dass du heute uns Gesellschaft leistest und einfach der Welt präsentierst, dass man keine reine Haut benötigt, um ein Massenpublikum zu unterhalten. Jetzt werden sich einige von euch denken, wenn ich so einen fetten Pickel auf der Stirn habe, wieso überschminke ich den nicht? Guter Ansatz, aber prinzipiell bin ich der festen Überzeugung davon, dass es unhöflich ist, seine Familienmitglieder zu verstecken. Dadurch, dass ich keiner muslimischen Religion entstamme, hatte ich noch nicht die Überlegung, meinem Pickel, Entschuldigung, meinem Zwilling ein Kopftuch aufzusetzen, von dem ja überschminken kommt für mich nicht in Frage. Aber genug mit Kopftüchern, liebe Freunde, wir wechseln das Kleidungsstück und gehen in Richtung Hoodies. Ihr wisst, Herbstzeit und Winterzeit ist die beste Zeit für Hoodies. Für mich gibt es eigentlich, glaube ich, kein cooleres Kleidungsstück als den Hoodie selbst. Und dementsprechend muss ich meinen Hoodiestand etwas auffüllen. Allerdings mit einer Marke, die ich so in meinem Kasten noch nicht habe und das ist Balenciaga. Ich weiß, Balenciaga ist sehr, sehr teuer und einige von euch wissen das natürlich auch. Aber trotzdem wäre es mal interessant, wie das aussieht, wenn man sich das Ganze im Internet kauft. Und das werden wir heute einfach mal gemeinsam machen. Bevor wir aber loslegen, liebe Freunde, ich habe noch etwas ganz Besonderes für euch. Ich habe vor zwei Tagen die Prototypen der dritten Kollektion bekommen und sie schauen einfach absolut gestört krank geil aus, liebe Freunde. Also seid auf alle Fälle gespannt, ich habe sie da drüben hängen. Ich will sie natürlich noch nicht zeigen, aber wie ihr wisst, es gibt sie in den Farben weiß und schwarz. Der Schnitt, da habe ich mich eindeutig mal wieder selbst übertroffen. Der wird absolut genial. Seid wirklich gespannt, stay tuned. Und ich hoffe, es geht sich aus bis Anfang Dezember. Freut mich auf alle Fälle darauf. Der litteste Merch in the game. Also seid gespannt. Gut, wir wollen gar nicht mehr länger quatschen. Wir starten direkt los mit diesem Video, mit diesem sehr, sehr teuren Cop heute. Also das wird auf alle Fälle nicht unbedingt das kleine Geld werden. Wir legen los. Wir geben hier einfach mal ein Balenciaga. Da steht eh schon da, so ein Zufall. Und schauen hier auf balenciaga.com. So, wir sind hier falsch. Wir gehen auf die Mainseite. Hier haben wir, oh, was passiert hier Buntes? Sehr gut. Sie haben einen eigenen Internet-Graffiti angestellt. Hier jedes Mal, wenn du die Seite öffnest, dir was Buntes, Neues hinmalst. Für das nächste Mal würde ich mir Maximilian wünschen. Oder vielleicht einen von unseren neisten Stickern. Den Bunten her. Also Balenciaga, wenn du das hier siehst, der hat einem Graffiti-Typen sagen, das wollen wir das nächste Mal sehen. Immerhin ist das ja auch im Internet. Da schauen ja nicht zwei, drei Leute zu, sondern vier Minimo. Wir haben hier alles Damen, Herren und alles. Hier unten können wir natürlich auch unseren Newsletter für die Herren-Kollektion. Ist ja mit mehreren Farben, wie wir hier sehen. Also keine Kollektion, sondern eine Kollektion. Oh, der war schlecht. Newsletter. Ah, die Datenfelder, die mit einem Stern versehen sind, müssen mehr erfahren. Gut, liebes E-Mail-Feld, ich werde dir viel mehr erzählen als allen anderen. Wenn du mehr erfahren musst, dann sollst du auch mehr wissen. Ich werde der Letzte der Anforderungen von Balenciaga nicht erfüllen. Wenn du mal ein extra Gespräch brauchst, schreib mir auf alle Fälle auf Instagram. Folgt mir auf Instagram, liebe Freunde. Das ist mein Instagram. Max O.P.M.I. heiße ich dort. Und jeden Tag gibt es Liter. Ja, wahrscheinlich, als würde ich jeden Tag ein Foto machen. Es gibt ab und an mal ein cooles Foto. Also man merkt hier schon, Balenciaga kommt nicht aus dem deutschsprachigen Raum. Und irgendwie wollen sie das viele Geld, das sie mit einem Kleidungsstück verdienen. Weil ich nehme an, ein Hoodie, den ich mir heute kaufen werde, kostet in der Produktion vielleicht maximum 50, 60 Euro. Und sie verlangen aber das Zehnfache. Und dieses Geld wollen sie nicht ausgeben, um sich vielleicht einen begabten Dolmetscher auszusuchen. Nein! Sie schreiben hier beinahe auf ihre Seite. Rufen sie uns an. Natürlich! Ich werde sie anrufen. Klingt irgendwie so, als würde ich mit ihm reinfahren. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe sie gerade angeruft. Weg mit den Rechtschreibfehlern. Wir wollen jetzt shoppen. Ich möchte einen Hoodie. Keinen Archetyp. Also so aus Kleidung. Natürlich. Was gibt es da? Denim. Nein. Hemden. Nein. Sweatshirts. Wir wollen Sweatshirts. Jetzt bin ich gespannt, was es da alles so gibt. Diesen Hoodie hier habe ich in der Farbe Gelb gesehen. Finde ich mega krass. Den hatte Kanye Western, als er in Afrika Yeezys verteilt hat. Nein, er hatte das Shirt an, liebe Freunde. Er hatte das Shirt an und hat es irgendwie kombiniert mit einem langärmeligen Shirt. Finde ich aber auf alle Fälle naja, schaut richtig cool aus. Ich will aber einen schwarzen. Ich will was ganz Schlichtes haben. Man merkt ja auch bei Balenciaga, sie machen halt wirklich einen sehr weiten Schnitt. Also diese Ärmel hängen schon fast birnenförmig nach unten, wie man hier auf den Fotos erkennen kann. Das ist ein eher so normal geschnittener Hoodie. Gefällt mir aber persönlich vom Schnitt her genauso wenig wie dieses birnenförmige. Kann man tragen, dieses birnenförmige, aber man muss es auch gut kombinieren und so würde ich es nicht kombinieren, weil keine Ahnung. Balenciaga ist natürlich, so wie alle großen Marken teilweise, etwas ganz eigenes und das ist auch gut so. Gut, diesen Washed-Pullover, den möchte ich selber auch nicht. Das ist der klassische Pullover eigentlich, der Kapuzenpullover mit der Balenciaga-Aufschrift und diesen Wellen. Ich glaube, der hat auch hinten, okay, das wird hier nicht angezeigt. Doch, hinten steht dann auch nochmal Balenciaga. Ich hatte dieses Shirt, ich habe es aber dann wieder verkauft, weil es mir einfach nicht gepasst hat. Also auch hier brauche ich die Größe L. Den finde ich eigentlich soweit ganz nice, aber spricht mir noch nicht so wirklich an. Hier haben wir nochmal denselben Hoodie wie vorher in der Farbe schwarz. Jetzt schauen wir mal, was wir noch so finden. Ah ja, da ist er. Also diesen Hoodie möchte ich kaufen. Ich habe den schon mal gesehen, finde den richtig cool. Erinnert mich auch etwas an Fear of God Essentials. Fear of God hat ja eine weitere Kollektion herausgebracht, wo sie Essentials verkaufen. Das hebt sich so etwas von der Marke selbst ab. Zu einem Preis, der um einiges billiger ist als die Normalpreise von Fear of God. Das heißt, einen Hoodie bekommt man da schon für 100 Euro, 120 Euro. Es gibt jetzt bald ein Fashion Pack Opening hier auf meinem Kanal, da werde ich auch Fear of God Essentials auspacken, denn ich habe einige gekauft und finde ich sehr, sehr cool. Genau diesen Hoodie werde ich mir jetzt auch kaufen. Gut, wir schauen, ob er in der Größe L noch verfügbar ist. Schwarz, ja. Größe L. Zum Warenkorb hinzufügen. Bestellung jetzt abschließen, Warenkorb ansehen, weder noch. Wir schauen ein bisschen weiter, oder? Vielleicht kaufe ich mir ja noch etwas Nettes, aber im Prinzip habe ich es eigentlich nicht vor. Es geht weiter. Also einen Hoodie haben wir schon mal im Warenkorb. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Hoodie findet. Ich finde ihn sehr schlicht, sehr stylisch. Schaut auch wirklich cool aus mit dem Balenciaga hinten. Also schon ganz nice. Also ich bin mega zufrieden. Was gibt es noch? Oh, halb die Fresse, habt ihr schon mal auf den Preis gesehen? Der kostet 650 Euro. Okay, mein teuerster Hoodie kostet 450 Euro. Also 650 Euro ist schon mal eine Stange Geld, liebe Freunde. Wahnsinn. Also ich frage mich, was ich mit diesem Hoodie alles machen kann, außer den Anzuziehen. Wenn da die Qualität nicht so ist, als würde ich auf einem indischen Hügel mit einem Kaschmir-Schaf schmusen, dann weiß ich nicht, wo die 650 Euro herkommen, die dafür verlangt werden. Aber nichtsdestotrotz, ich werde es trotzdem kaufen, weil ich ein Fashion-Victim bin und weil ich diesen Hoodie haben will. Und wenn ich einmal was haben will und es nicht bekomme, dann bin ich grantig. Genauso wie mit dem, ich wollte mir ja eh schon mal einen 1200 Euro Gucci-Pullover kaufen. Also von dem her ist das ja eigentlich ein Schnäppchen, oder? So muss man denken, dann tut es auch weniger weh. Es ist sowieso nichts mehr Cooles dabei, Freunde, dementsprechend. Und ich glaube auch, der ist aber noch ganz nice eigentlich. Was kostest du? 1195 Euro. Vielen Dank, das war es an dieser Stelle. Muss los, Freunde. 650 Euro sind auf alle Fälle genug für ein Video, bin ich der Meinung. Wir können ja dann beim Fashion-Pack-Opening noch ein paar Dinge dazunehmen, dann kommen wir natürlich wieder. Ich kaufe eh genug ein, so Freunde, so ist es ja auch nicht. Nur ab und zu gibt es halt ein Online-Shopping, so wie heute. Wenn euch dieses Online-Shopping gefällt, schreibt das unbedingt in die Kommentare, vielleicht hauen wir noch ein bisschen was von Maximilians Kohle raus gemeinsam. Ich bin ein Freund davon, ich mache das sehr, sehr gerne auch ohne euch. Dementsprechend, wenn wir was gemeinsam machen können, macht es umso mehr Spaß. Schauen wir uns mal die Produktdetails an. Weiches, atmungsaktives Material. Ich bin gespannt. Normale Passform. Gut, dann bin ich ja mit einem L richtig. Kapuze mit Tunnelzug. Also ich hätte noch nie gehört, dass das Tunnelzug heißt. Aber man lernt nie aus bei Balenciaga. Kängurutasche. Ja, das wusste ich. Ärmelabschlüsse und Saum gerippt. Balenciaga-Logo-Print auf der Rückseite. Handwäsche. Das ist ja nicht dein Ernst. Jetzt kaufe ich mir ein Hoodie um 650 Euro und soll ihn dann mit der Hand waschen. Das nächste, das Model ist 1,85 Meter groß und trägt die Größe S. Also entweder das Model stammt von Windhunden ab oder es ist doch keine normale Passform. Ich bin 1,81 Meter, mir passt die Größe L. Okay, wir schauen uns das nochmal an. Das Model ist 1,85 Meter groß und trägt die Größe S. Ja, ist mir egal. Du kannst tragen, was du willst. Ich bestell mir mein L. So, Bestellung jetzt abschließen. Verdammt nochmal. Und jetzt ist es soweit. Jetzt bezahlen. 650 Euro im Arsch. Jetzt heißt es mal warten und dann kommt das Ding und hoffentlich ist es wirklich so geil wie beschrieben. Und hoffentlich nicht so groß. Okay, danke vielmals. So, 650 Euro wurden in diesem Video heute ausgegeben. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fans davon seid, wenn ich meine Kohle zum Fenster rausschmeiße, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns morgen. Das war es von mir, euer Maximilian.